Wir haben die erste Also wenn ich jetzt Jimmy würde ich eigentlich überall aufpassen wo sie sein könnte Weil da wo er sie doch hingemacht hat Müsste sie ja eigentlich dann hingehen Schick die Warte bis sie entkommen ist Ist sie tot Ist sie tot Also wir können echt nicht mehr speichern Das heißt wenn wir jetzt verkacken Verkacken wir Okay Wir haben die 303 geschafft Das heißt wir müssen jetzt noch nie 205 Und dann brauchen wir die 110 Und 111 Und 121 Boah das wird so schwer Das wird so verdammt schwer Weil eine ist auf der anderen Seite Und zwei sind auf der anderen Seite Oh Gott im Himmel Ich bin jetzt echt gespannt Wir gehen raus Wir gehen raus Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Komm jetzt hoch Komm jetzt Ich muss sein PPA Ich muss sein PPA Wir müssen nach rechts Also hier hin Ich glaube er ist nicht da Nein Ich glaube ich geh mal kurz aufs Klo So Weiter geht's Wir werden's nochmal probieren So ich möchte aber jetzt nach oben In die 303 Dann schicken wir die eine los Jetzt hab ich vergessen Ich hoffe dass es Es muss so sein Es kann ja nicht anders sein Dass es immer dieselben Hotelnummern eigentlich dann sind Kann ja nicht anders sein Soll ich jetzt mal Oder ist es sinnvoller Wenn ich erst alle drei unten im ersten mach Jimmy ist echt hartnäckig Ne es passt noch Ne es passt noch Es passt noch 121 110 111 Okay gut Hier unten Schlüssel Ich trink viel zu viel Viel zu viel für ein Horrorspiel So So Hör Geh zu den Städten so schnell wie du kannst schnell Ich weiß ja nicht Lässt er die durch Und tut dann uns Irgendwie versuchen Dann eher zu kriegen Als sie Ich höre nichts Ich höre nichts Vielleicht gehe ich das auch Ein bisschen zu hektisch Oh Gut 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 Wir gehen jetzt in die zwei runter 205 war es Zwei Ich hoffe er geht nicht Zunächst Und vor allem Ich hoffe er tut Unsere Freunde Jetzt nicht töten Bitte keine Schäde Basisbruch Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Ich hoffe wir haben die Zeit Kurz rein zu gucken 205 205 205 205 dort 201 205 205 müsste auch hier gewesen sein Nee 205 Komm 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 Ja Ja So jetzt noch die im ersten Schick sie raus Renn einfach Männchen Renn Aber ist das ein Comedy Act? Das muss ja sein Comedy Act sein Vielleicht ist er auch nicht so böse Wie man denkt Also Ja Ich glaube doch Eher so Irgendwie versuche ich es mir gerade schön zu reden Ich weiß nicht Ich würde echt mal interessieren Was euch an Jimmy Ob euch Jimmy eigentlich auf den Nerv geht So jetzt wie mir Oder Ob ihr sogar Jimmy irgendwo Verstehen würdet Wisst ihr wie ich meine? Oh nein Puh Ja Oh 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 Trotz dass wir falsch abgebogen sind Alter Machen wir jetzt nicht so ein Schreck Ich habe schon Angst Dass er nicht schnell genug ist Hey Ich glaube wir müssen dann unten Da bei der Küche Durch die Türe gehen Also in Im EG Im Erdgeschoss So Welche waren es nochmal? 111 110 Und 121 Wir machen erst 121 Und dann die anderen zwei 121 War ich hier so Hä? Wie perfekt 121 Auf 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 Was sind noch zwei Es sind noch zwei Hä? Hast du nur Freundin? Ich weiß nicht Wir können uns auch gerne mal treffen Ich will nicht mehr Äh Ich kam jetzt von rechts Also von hier Google Google Also wenn das jetzt nur unterzeigt wäre, wäre ich richtig am Arsch. Ich gehe ihn raus. Scheiße. Ich habe sie noch gar nicht losgeschickt. Fuck. Der erwischt doch alle, oder? Ich höre nichts, ich höre einfach nichts. Mir ist es zu risk. Einfach nur mal kurz irgendwo anders hin. Irgendwo anders hin. Ich habe mal nach ihm gerufen. Vielleicht haben wir... Ich habe nur ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt da noch umgeht. Und wir in Ruhe da unten drangehen können. Wir müssen weit hinten sein. Die Räume. Ich wusste, dass es zwei Räume gibt, die wohnen... verschlossen waren. Oh, bitte, 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 bitte. Ich habe nur noch zwei. Du bist noch zwei. Ich bin noch zwei. Oh, ich hatte kurz die Befürchtung, dass er nicht rausgegangen ist und einfach nur so die Tür zugemacht hat. Wir sind in 106. Das sind noch vier und fünf. Also vier Räume eher gesagt. Oh, nein, geh nicht in die Richtung. Ich würde am liebsten diesen Knüppel nehmen. Jetzt muss er bitte noch von dort hier rüber laufen. Ich höre einfach nichts. Außer seine Stimme. Und ein Tick mal Ich glaube, ich sollte mal aufhören mit Horrorspielen. Ich altere jedes Mal um 20 Jahre. Woher kam der jetzt? Alter, woher kamst du? Warum haben wir fünf Freunde ausgerechnet? Und jetzt? Das war's. Da sind sie. Nee, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. 111, 111. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Oh. 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 Oh mein Gott. Hey, danach wird erst mal fett gesoffen. Oh, das wäre meine erste Reaktion, wo ich hier machen würde, wenn ich so etwas überleben würde. Was ich bitte nie erfahren möchte. Dem Himmel, Herrgott. Also extra nochmal klopfen auf euch. Ich habe ein bisschen jetzt Angst, wenn ich auf die andere Seite möchte. Ob er jetzt auftaucht. Während ich mich zu dem Raum begeben möchte. Okay, wir gehen raus, wir gehen raus. Solange diese Chance noch nötig... nötig, äh, ob wir, äh, sprachfehler. Solange wir noch die Chance haben, generell hier noch was zu machen. Gleich rein, gleich rein. Oh, und wir müssen noch zum Aufzug. Und raus, oh nein, und raus müssen wir noch. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte nicht allzu schnell jetzt hier raus, also rushen ist gut, ja, aber wenn ich an einer Stelle bin, wo er mich dann sieht und mich wegknüppelt, darf ich alles nochmal machen. Oh mein Gott! Hugo! Ist die Bar noch da? Wollen wir vielleicht ein Gläschen Martini trinken oder so? Eins, zwei, und du gehst vielleicht so in dein Räumchen und ich darf vielleicht nach Hause? Ich meine, auf ein Konzert kann ich sowieso irgendwann mal wieder gehen und dann sehen wir uns sowieso. Wir müssen raus. Ich vergiss das jedes Mal. Oh, ich vergiss das jedes Mal, dass man das noch extra machen muss. Jetzt finde den Aufzug und flieh. Nachricht schließen. Ich höre einfach nichts. Ich finde das sehr heimtückisch, ja. Also das ist so geil gemacht und so fies zugleich. Ich höre einfach nichts. Ja, geh weg, geh weg. Ich höre einfach nichts. Ich traue ihm nicht, ich traue ihm einfach nicht. Hugo, die roten Zeichen sind noch da. Ich war so nah dran. Ich hole mir als erstes jetzt die da hinten. Zack, komm rüber. Das ist so nervig. Erst die drei, dann den einen. Die einzelnen. Traurig habe ich gesagt, sehr traurig. Nein, nicht durchs Glas schauen. Ah, ich muss mir den Freund zurückschicken. Okay, ich habe es noch gesagt. Ey, da versteckt er sich eiskalt in seinem Badezimmer. Puh, Drecksack. Es waren noch die 121, gell? Ja, 121 und gegenüber jetzt. Ich glaube, der könnte selbst Wladimir Putin ausknocken, ey. So wie da drauf ist. Er so, ich werde dir... Ich will, dass du ein Teil von mir bist. Ich werde, dass du hier bist, bei mir. Du wirst für immer hier bleiben. Was? Du wirst die Kaffee nicht öffnen. Wenigstens wissen wir jetzt überall, wo sie sind. So, schick den ersten Freund wieder los. Ja, schnell, wenn du kannst, wenn du kannst, wenn du kannst. Es sind noch drei weitere. 205, 303. Ich finde, die 205 machen wir als nächstes dann, wenn wir die 121 haben. Er ist aber auch so nervig, der Typ. Jetzt ist wieder dieser Moment, wo ich sagen würde, du nervst Jimmy. Äh, Entschuldigung. Hugo. Wir gehen raus. Er ist halt echt nervig. Digga, dein Ernst? Diesmal verstecke ich mich im Bad. Und wir, du kommst jetzt rein. Wenn du jetzt reinkommst, dann gibt's Ratouchele. Okay. Das war's für heute. Was lernen wir daraus? Nicht mehr im Schrank verstecken. Nicht mehr im Schrank. Weil allein dadurch, wenn wir im Bad sind, können wir kontrollieren, ob er drin hockt oder nicht. Wir gehen raus. Wir gehen einfach... Ich will dich auch nicht ewig versauern. Nein. Nicht schon wieder. Nein. Komm jetzt. Einfach drauf spammen. Ich werde bei diesem Spiel drei Kreuze setzen, wenn das vorbei ist. Okay. Let's go. So, ich schick sie raus. Tschüss. Wir sehen uns draußen, wenn ich's schaffe. Hol schon mal den Jacky. Mach ihn kalt. Und, äh, ja, vergiss nicht die Cops. Er ist verrückt. Psychiatrie wär vielleicht auch noch gut. Und, äh, ja, 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 ja. Ich schick sie raus. Ich schick sie raus. Ich schick die Cops. Ja, ich schick sie raus. Ich schick so. Ich faire Fangen. Ich schick sie raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon, ich hab jetzt drei Mann Oh oh Die roten Striche sind immer noch Ich höre Schritte Ich höre Schritte Kannst du bitte gehen? Ich hoffe er geht Aber wenn ich Pech hab geht er jetzt gar nicht mehr Ich höre nicht mehr Ich höre nicht mehr Ich werde jetzt mutig sein, Hochmutkonformfall, ich weiß, aber wir holen uns den Aufzug!